Über Homeoffice reden kann ja jeder, aber wer bietet es denn eigentlich richtig und wirklich an? Bei uns sind mittlerweile knapp 70% der Mitarbeiter nicht mehr hier am Standort Regensburg, sondern zu 100% Homeoffice bundesweit verteilt. Homeoffice ist ja seit Corona eigentlich mehr oder weniger Standard und vor allem in digitalen Kanzleien sollte es zumindest Standard sein. Wir wollen heute mal darauf eingehen, ja welches Setup bekommen eigentlich unsere Mitarbeiter nach Hause gestellt und worauf kannst du dich eigentlich einrichten? Ja, also grundsätzlich ist es so, wir haben ein festes Setup, was wir allen unseren Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Das besteht aus einer kompletten Hardware, also nicht wie in manchen ganz kleinen, dass du deinen eigenen Laptop, deinen eigenen Monitor oder sonst irgendwas verwenden musst, sondern jeder Mitarbeiter bekommt von uns ein eigenes Setup, was er dann auch wie gesagt nutzen kann. Ganz klassisch und das Allerwichtigste ist das iPad. Jeder Mitarbeiter, der bei uns arbeitet, bekommt ein iPad nach Hause, einfach, dass er damit seinen kompletten Workflow digital gestalten kann und die iPads, wie gesagt, mit Pencil und allem möglichen, können dann voll für die Arbeit genutzt werden. Der Vorteil ist, dass man auch dadurch durch bestimmte Systeme einfach hier synchron arbeiten kann, zum Beispiel Abstimmarbeiten in der Buchhaltung oder auch Abstimmarbeiten im Jahresabschluss. Genauso machen wir darüber alle Kontrollen für unsere Steuererklärungen, damit wir auch als Berater dann den Überblick behalten. Das ist so das eine Thema, wo man sagt, okay, wir haben hier das iPad, das den kompletten Papierersatz einfach durchführt. Denn sind wir mal ehrlich, im Homeoffice drucken, dann müsste man alles vernichten und so weiter, das ist datenschutzrechtlich dann ein Riesenproblem. Wir setzen hierbei, wie gesagt, komplett auf digitale Lösungen und von daher das iPad mit dem Apple Pencil und der dementsprechend auch weitere Setup ist mit dabei. Damit man aber auch sieht, was man eigentlich arbeitet, ist ein weiteres wichtiges Thema, ja, der Monitor. Wir selbst setzen hier auf zwei verschiedene Arten. Einmal einen, sag ich mal, Queren und einmal einen Hochkantmonitor. Wir haben hier zum Beispiel 34 Zoll Samsung-Monitore und dann noch einmal 24 Zoll Samsung-Monitore als Hochkant. Die kann man einfach dann dafür nutzen, dass man sagt, okay, auf dem Hauptscreen arbeitet man und als Ersatz zum Beispiel über Dativ-Unternehmen online Papierersatz laufen die Belege über das System einfach durch. Von daher an der Stelle auch komplett papierloses Arbeiten mit zwei Monitoren. Wir planen aktuell eventuell auch drei Monitore wieder einzusetzen, aber das ist immer, wie gesagt, so ein Thema, wo man sagt, manche wollen es, manche nicht. Nichts, erfahrungsgemäß, die meisten Mitarbeiter bei uns haben gesagt, zwei Monitore, ein 34 Zoll Curved Samsung quer reicht und ein Hochkant, hier 24 Zoll. Mehr brauchen wir nicht, weil für den Notfall haben wir noch die iPads und der Übergang dazu, wir haben dann Laptops für jeden Mitarbeiter. Dadurch, dass wir unseren Mitarbeitern nicht nur das mobile Arbeiten, sondern auch das komplett remote Arbeiten und, sag ich mal, auch theoretisch weltweites Arbeiten anbieten, ist es so, dass man in dem Zusammenhang auch jeder Mitarbeiter ein Notebook hat, mit dem er auch von überall aus arbeiten kann. Denn es ist ja nicht immer möglich, dass man, sag ich mal, einen festen Platz irgendwo installiert und das ist ja, sag ich mal, gerade auch, wenn man vielleicht alleine wohnt, in einer Einzimmerwohnung, ist es auch mal schön, wenn man sagt, okay, bestimmte Tätigkeiten könnte man auch von der Couch aus regeln. Wir bieten deswegen allen unseren Mitarbeitern Notebooks an, die ganz einfach die Möglichkeit haben, flexibles Arbeiten. Wie gesagt, auch deswegen, wir haben die Erfahrung gemacht, dass fest installierte, ganz einfach Computer sich nicht so gut dafür eignen, dass man hier ganz einfach diese installiert, vor allem, weil das auch mit Mehraufwand verbunden ist. Zudem ja auch, wir regelmäßig unsere Quartalstreffen haben, wo alle Mitarbeiter, sag ich mal, vom Homeoffice nach uns, zu uns, nach Regensburg kommen. Und da ist es einfacher, wenn man dann den Laptop mitnimmt. Darüber hinaus ist es so, dass unser Setup relativ clean und einfach ist. Denn, wie gesagt, man braucht eigentlich nicht mehr als iPad, Laptop, Monitore, Tastatur, Maus und das war's. Das heißt, die vielen umständlichen Installationen fallen auch bei uns beim Setup bei neuen Mitarbeitern weg. Wir haben fast jedes Monat ein bis zwei neue Mitarbeiter, die bei uns anfangen. Und dadurch ist es schon so, dass wir hier ein relativ gutes, einfaches, strukturiertes Setup haben, auch mit unserem Systempartner zusammen. Und von daher, wie gesagt, auch wenn du dir überlegst, bei uns anzufangen, dann kannst du dich darauf freuen, dass du auch ein iPad und einen Laptop und alles nach Hause bekommst und nicht deine eigene Hardware verwenden musst. Hast du gewusst, dass es auch Online-Kurse, Fachbücher und vieles mehr von Steuermekopf gibt? Schau doch gleich mal auf www.steuermekopf.de vorbei und klick dich durch. Denn du weißt ja, Steuern spart, wer Steuern plant.